Hallo, ich sage guten Tag. Heute am 14. Februar 2018, 13 Uhr, 20 Minuten, 24 Grad. Hier oben etwas Wind, unten geht es, keine Wellen und vor allen Dingen heute keine Wolken. Was ist ja jetzt staunt das Licht rein für ihn. Damit haben wir das, wicite Leder, diese 검찰atoren zu kommen, werden wir schon cheesy. Algun fastest auf die Zentrumare right好k bikeen. So, hier liegen sie alle in der Sonne und genießen das schöne Wetter. So, und wir gehen jetzt abwärts. Ja, und wenn Sie auch mal hier leben möchten, mieten, kaufen, www.check.de So, und mit diesen Bildern sagen wir, hasta mañana, bis morgen.